Genießt das einfach, das ist traumhaft, dieser Truppe zuzugucken. Und ein Neunzen zum Nachbericht zum 2-0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim gestern. Wir machen die Highlights durch, 15. Spielminute, Adams mit dem Eigentor und 64. Spielminute, das 2-0, der Endstand durch Sascha Kalajdzic. Kommen wir zur Spielanalyse, wo wir erstmal sagen müssen, wir hatten 10 von 11, redig in der Startelf. Ich glaube, es ist so ein typischer Schnitt bisher, diese 10 von 11, da eben doch Castro gespielt hat. Tommi gar nicht im Kabel gewesen, den wir da ja an seiner Stelle gesehen hatten oder ich an seiner Stelle gesehen hatte. Besser gesagt, ja, erste Halbzeit, abwartendes Spiel, eher langweiligeres Spiel am Anfang und auch über meiste Strecken der ersten Halbzeit. Dann die Erlösung, das 1-0 quasi aus dem Nichts. Starke Doppelfass von Castro und Silas, der dann unten geschickt wird vorbei an Richards. Der, glaube ich, sowieso wahrscheinlich Albträume hatte noch von Silas, also über rechts. Das war manchmal schon echt richtig frech, was Silas da mit dem gemacht hat. Und dann will Kalajdzic mit der Hacke treffen, trifft den Ball aber nicht, die Hereingabe von Silas. Und dafür halt ein Schritt hinter ihm steht Adams, der bekommt ihn halt ab und spitzelt ihn halt ins eigene Tor. Dann kommt Hoffenheim aber besser ins Spiel, muss man sagen. Keine riesen Chancen über weite Strecken, aber halt eine richtig dicke von Gramaric, der gefühlt auf den Meterpunkt frei zum Kopfball kommt. Das Ding zum Glück nicht platziert genug auf den Kasten von Kobel bringt. Mangala muss vorletzt raus in der 53. Minute, kam jetzt eben raus, dass er Muskelfaserriss im vorderen Oberschenkel hat, glaube ich, war es. Ja, da streiten sich jetzt Gemüter, fällt er zwei, fällt er vier, fällt er vielleicht auch sechs Wochen aus. Auf jeden Fall fällt er erstmal vorzeitig aus, was schon mal schade ist. Da er ja auch jetzt in Richtung A-Nationalmannschaft Belgien kam, in Richtung EM-Kader vielleicht, sehr, sehr schade. Dann kommt Ahamada, 18 Jahre alt, kommt und ersetzt ihn, kann ich jetzt schon sagen, über das ganze Spiel lang bockstark. Im Ende fällt es gefühlt nicht mehr auf, dass der Mangala noch in der ersten Halbzeit raus musste. Auch in der zweiten Halbzeit kommt dann Hoffenheim besser ran, sind näher am 1 zu 1 als wir am 2 zu 0. Aber halt über weite Strecken halt auch nicht zwingend genug. Grilch hat noch einen Fernschuss in Kobel entschärft, ein paar kleinere Chancen, wirklich nicht zwingend genug. Und dann, ja, 2 zu 0, das ist der Unterschied dann zum 1 zu 1 in Berlin, wonach es ja noch lange aussah, dass man sich um das 1 zu 1 fängt. Aber da ist eben nochmal der Prozess, der Reifeprozess, du setzt halt diesen einen Konter noch. Ein Konter aus dem Lehrbuch, übertrieben gesagt, Traumpass von Castron ist halt Zielers auf rechts komplett alleine unterwegs. In der Mitte hat er mittig Kalajcic, ganz links Kulibali und ein Hoffenheimer Trapp noch hinterher. Er legt ihn zurück auf Kalajcic, der sein Tor markieren darf. Vorhin hat er den Ball nicht getroffen, diesmal darf er das Tor dann selber machen. Ja, unfassbar. Kalajcic jetzt einfach sieben Spiele in Folge mindestens einmal getroffen. Bobic-Rekord von 95, 96 eingestellt. 13 Tore in den ersten 24 Bundesligaspielen. Nur Olichor war da in der Bundesliga-Historie besser. Und damit ist Sasa bei 17 Scorern, Sidas bei 16. Und die beiden sind tatsächlich an 70 Prozent unserer bisher geschossenen Tore beteiligt. Das ist einfach komplett wild. Am Ende hat Hoffenheim noch ein paar Chancen. Aber halt, wie gesagt, nicht zwingend genug. Und am Ende des Tages habe ich auch im Stream gesagt, die hätten da 80 Mal aufs Tor schießen können. Das Ding wäre nicht gefallen. Das hat gestern einfach nicht sein sollen bei den Hoffenheimern. Habe ich schon gesagt, ein reifer Auftritt, weil einfach diese Steigerung da war. Eben sich nicht den Ausgleich zu fangen, sondern eben diesen Konter zu setzen und auch das 2 zu 0 zu machen. Kommen wir zur Tabellensituation. Die ist natürlich für uns sehr erfreulich. Wir sind 8er Platz. Wir stehen vor Freiburg und vor Hoffenheim. Damit quasi die kleine Baden-Württemberg-Meisterschaft. Aktuell führen wir dort. Und ich sage es einfach mal. Wir sind 15 Punkte. Das krasse Torfeld ist eingerechnet von plus 10 Toren. Es sind 16 Punkte quasi vor Platz 16. Und halt nur zwei hinter Union, die auf Platz 7 sind. Vier Punkte in der Leverkusen und sechs Punkte in der Dortmund, die sechster und respektive fünfter Platz sind. Hoffenheim, Platz 11. Sechs Punkte hinter uns nun aktuell. Manche schreiben schon, der Blick geht in Richtung Europa. Die VfBler, in Interviews zumindest, klang es auch so ein bisschen raus. Nicht, dass sie jetzt nach Europa wollen oder so. Also irgendwelche neuen Ziele ausrufen. Nein. Aber halt, dass da schon einiges noch richtig, richtig scheiße laufen muss. Um wirklich noch in Abstiegsgefahr zu kommen. Also das Thema Abstieg sollte auf jeden Fall kein Thema mehr sein. Richtig, richtig geil. Und fünf Spiele in Folge ungeschlagen. Zweiter Heimsieg in Folge. Und das heißt dann auch, achter Platz, wie gesagt, in der richtigen Tabelle. Und elfter mittlerweile in der Halbtabelle. Das haben wir gut aus dem Abstiegskampf rausgekommen nach der Hinrunde. Und fünfter Platz in der Rückrundentabelle nach 25 Spielen. Das ist einfach der Wahnsinn. Wir kommen zum Man of the Match. Voting, wie immer im Community-Tab. Und auch, wie immer, lasst mir generelle Meinungen zum Spiel da. Und lasst mir auch Meinungen zu den Spielern da, die ich hier euch jetzt gebe. Quasi zur Auswahl. Oder halt jemanden, der es nicht in der Auswahl geschafft hat. Der es aber verdient hätte. So, heute sind wir quasi vier Stück. Ich finde ihn ein bisschen eklig selber, bin ich ehrlich. Lieber immer drei oder fünf oder so. Aber dafür ist jetzt quasi eher so ein Sonderlob. Wir fangen an. Nummer eins ist Silas. Auch in der Elf des Spieltags der Sportschau. Und beim Kicker in der Elf des Spieltags. Das ist ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Der kommt wieder richtig rein. Und wie gesagt, über rechts da richtig Radau gemacht. Auch einfach gegen Richards. Ja, das hat Spaß gemacht da rechts. Dann Anton ist Nummer zwei. So ein bisschen repräsentativ für die gesamte Abwehrleistung. Die Leistung ist auch in der Elf des Spieltags von der Sportschau. Nummer drei ist Castro. Der jetzt wieder von Beginn an ran durfte. In Frankfurt war er über 90 Minuten auf der Bank geblieben. An beiden Toren maßgeblich beteiligt. Beim ersten Tor der Doppelpass. Beim zweiten Tor die perfekte Vorlage auf Silas. Oder beide Male die perfekten Vorlagen auf Silas. Der dann das Tor aufgelegt hat. Sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und Nummer vier quasi mein Sonderlob. Weil er eben reinkam für Mangala. Und weil er eben auch erst 18 ist. Und das glaube ich sein zweites Bundesligaspiel war. Hat in Leverkusen auch einen Einsatz. Deswegen Sonderlob für Ahamada. Auf Nummer vier. Vielleicht bekommt er ein paar Stimmen. Mein Sonderlob auf jeden Fall für heute. Damit steht das Voting. Und dann sehr, sehr gerne abstimmen. Und zum Abschluss immer in den Nachberichten auch die Tweets of the Match. Wir fangen an mit einem, dem man glaube ich als VfB-Fan nur zustimmen kann. Diese Mannschaft macht so dermaßen Spaß. Ich könnte echt heulen vor Freude. Das können wir so genau stehen bleiben. Eine hundertprozentige Zustimmung. Und Nummer zwei fand ich einfach lustig. Hab ich ja vorhin auch angesprochen. Passt ja auch zur Wahl. Die zwar in Baden-Württemberg. Breaking. So eben reicht uns die erste Hochrechnung aus Baden-Württemberg. Und eben die Tabelle, wo wir auf Platz 18 vor Freiburg einen Platz. Und tatsächlich drei Plätze vor Hoffenheim. Richtig, richtig geil. Und dann der letzte Tweet noch auch. Passt auch zum Thema Hoffenheim halt. Zum Thema Dietmar Hopp. Dietmar rückt den Impfstoff raus. Wir fahren nach Europa. So ein paar Fans haben natürlich schon Hoffnung. Und rein tabellarisch ist die ja auch so ein bisschen berechtigt. Und eben dann der Joke mit Hopp und seiner Impfstoff-Thematik, die er irgendwann mal aufgebracht hatte. Und dann eben Europa. Mal sehen. Mal sehen. Die nächsten Wochen werden hart. Wir haben die Bayern vor der Brust nächste Woche. Dann kommt Bremen. Dann kommt Dortmund. Wir werden absehen. Die Saison ist auch noch lang. Wir haben jetzt immer noch neun Spiele zu spielen, die alle, wie gesagt, eher schwerer werden als einfacher im Vergleich zum Rückrundenstart und Rückrundenende. Aber einfach weiter. Dann habe ich auch im Stream Highlights gesagt oder im Stream gesagt, genießt die Scheiße, die wir gerade sehen. Genießt das einfach. Das ist traumhaft, dieser Truppe zuzugucken. Und mit den Worten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, für diesen Nachbericht. Wie gesagt, lasst Kommentare da, lasst Meinungen da. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.